Schönen guten Tag meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Legend of Zelda. Oh mein Gott, it's Inception! Unfassbar! Weiterspielen. Warum habe ich jetzt keinen Ton? Das finde ich gemeint. Ich möchte Ton haben. Gibt's doch gar nicht. Moment. Ah. Ah, jetzt habe ich Ton. Sehr schön. Das war. War ich hier schon drin? Ich weiß es gar nicht. Mal schauen. Ah, ein Shop. Ja, komm hier, wir holen mal. Ja, ja. Wura. Muss man ja zwei kaufen. Na, egal. War sinnlos, ich weiß. So, ähm, ähm, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht genau, äh, ach so. Wir müssen, äh, glaube ich, äh, nach oben, oder? Auf den Berg des Grauens. Um das letzte Amulett zu holen. Und ich weiß noch gar nicht, wo ich lang renne. Wahrscheinlich hier. Bleib weg von mir. Ah ja, die kann ich noch gar nicht. Stimmt ja. Oh oh. Oh, lass mich in Ruhe. Äh, falls es irgendwelche Probleme mit der Aufnahme geben sollte. Ich habe es gerade kurz getestet. Das schien alles zu funktionieren. Nehme ich auch dieses Spiel jetzt mit dem Open Broadcaster auf. Einfach, weil es, äh, keine Arbeit mehr gibt. Ich muss nicht mehr rennen und so. Und, äh, auch wenn ich glaube, dass die Qualität ein bisschen falsch eingestellt hat. Die steht, glaube ich, noch auf relativ hoch, weil ich das letzte Mal mit dem Programm Crisis aufgenommen habe. Macht aber nichts. Ah, interessant. Äh, hier oben komme ich auf jeden Fall nicht lang. Ich muss irgendwo anders lang. Ups. T-t-t-t-t-t-t-t. Ja, da müsste ich lang können. Nicht da unten. Ups. Ich muss hier unten durchs Dorf den Umweg nehmen. Ups. Sollte das passen. So ein catchiges Lied. Holy shit. Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Wunderschön. Das ist nicht wunderschön. Das ist deine Biene. Und die will uns als Lady, die kann so schwer treffen. Du Wunder. Was soll's. Vielleicht liegt der hier irgendwo da noch ein Herz rum. Und wenn nicht, auch egal. So, jetzt nach oben. Und dann müssten wir in die richtige Richtung kommen. Ah, hier. Wir können uns wieder die Zukunft voraussagen lassen. Das kostet, glaube ich, was, ne? Wieviel kostet das nochmal? Ich sehe, direkt kann das Master-Schwert den Zauberer nicht bezwingen. Das kostet die 20 Kurine. Hier noch ein wenig frische Energie. Na, okay. Warum kann das Master-Schwert ihn denn nicht besiegen? Eigentlich kann es das. Aber der, äh... Der Kescher ist wesentlich besser geeignet als Waffe. Das werdet ihr auch noch sehen. Für diejenigen, die das Spiel von euch kennen. Die wissen ja... Oh, oh, oh. Äh, laufe ich überhaupt noch richtig? Oh, halbwegs. Ich kann hier, glaube ich, lang. Soll ich hier unten reingehe? Ja, genau. Feuer, aber... Oh, shit. Nein, das war die Ding. Lass mich die Ruhe. Au. Wissen denn überall Bienen drin sein? Ah, die zwei Spaßvögel. Ich glaube, es ist noch ein Haus. Ritsch, ritsch, merkwürdig, wie sich der Baum beim Sägen anfühlt. Hm, woran das wohl liegt? Wir werden es sehen. Hey, da ist auch noch eine Höhle. Äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Muss man da unten rein oder da oben? Ich glaube, das hier ist so eine... mehr oder weniger versteckte Höhle. Das ist nicht der Weg, wo wir eigentlich lang müssen, aber ich würde trotzdem mal gucken, was hier ist. Ah, Feen. Wenn ich Glück habe, ist es, äh... Moment, wie machen wir nochmal das Kack-Menü auf? So. Ah, wir haben schon zwei Feen. Okay, dann brauchen wir hier auch nicht rein. Einen Herzcontainer wird es hier wohl nicht geben. Und wenn doch, dann, äh, Fech gehabt. Ah. Bleiben wir mal lieber bei dem Kescher. Ich weiß nicht mehr, warum, aber irgendwas dafür, dass wir den noch brauchen. So, hier unten müssen wir rein. Und diesmal lassen wir mal die Bienen... Bienen sein! Äh, hab vergessen, dass die, äh, Rubine rauswerfen, wenn man die am Leben lässt. Ups. Da hab ich zu schnell gehandelt. So. Das müsste hier gleich irgendwo der alte Mann sein. Das sind schöne, einfache Gene. Da ist er. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du auf den Berg, wenn du zu Berg bist, dann bitte ich dich, mich, äh, dich begleiten zu dürfen. Ich habe nämlich meine Lampe verloren. Ja. Und deswegen steht er hier die ganze Zeit rum und, äh, wartet, bis irgendein Spacken mit Lampe vorbeinkommt. Vorsicht! Äh, da sind tiefe Löcher am Boden. Lieber rechts entlang. Äh. Ja, 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 komm. Viele sind verschwunden. Ja, das wissen wir doch alles. Hey, wieso kann man hier nicht schnell rennen? Ist ja komisch. Ach so, weil wir den Typen an der Backe haben, natürlich. Äh, rechts entlang hat er gesagt, ja. Super. Er kann voraussehen, was in den Krügen ist. Juhu. Na, wir werden uns mal nicht dran halten. Okay, da kommen wir nicht lang, scheiße. Wo wir überlassen müssen. Sind wir jetzt schon auf dem Berg? Ging das so schnell? Äh, johu. Sind wir. Und hier kommen diese riesigen Knödel runter, das weiß ich noch. Da. Und diese Kackteile, die man irgendwie nicht... Äh, 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 äh. Falls du einen magischen Teleporter gerätst, dann schaue in diesen Spiegel. Ja, genau, der gibt uns den Spiegel. Genau. So, wir folgen dem jetzt einfach mal. Das ist nämlich auch, glaube ich, der Weg, wo wir langen müssen. Und der halt uns, glaube ich, auch. Ja. Ist das nicht nett? So. Jetzt müssen wir den Berg hinauf. Vorher nehmen wir aber noch die 5 Rubine mit. Der Weg ist nicht schwer. Eigentlich. Aber ich krieg's bestimmt her, dass er schwer ist. Äh, ich krieg's bestimmt hin, dass er schwer ist. Wollte ich sagen. Mein Herr. Wenn ich gleich irgendein Loch runterstürzt. So. Ist jetzt irgendwas gebracht? Ist jetzt noch nicht. Außer ein paar Rubinen. Sind wir jetzt oben? Oder bin ich falsch gelaufen? Das sieht gut aus. Looks very good. So, hier kann man... Diese Hülle führt zurück zum Dorf Kakariko. Bin mir nicht sicher, aber es kann sein, dass da ein Herzcontainer rumliegt. Äh, ich will nur mal was checken. Ich will nur mal hier schnell um die Ecke haben. Verdammt. Sieht nicht so aus, als wenn ihr in Herzcontainer liegt. Ich geh lieber wieder zurück. Können wir auch später noch gucken. Wir müssen immerhin bei meiner Aufgabe. Und wir haben noch 10 Minuten dafür, die zu erfüllen. Aber wisst ihr was? Kack drauf. Ich überziehe ein bisschen. Jawohl. Das freut euch. Ich meine, ihr wusstet das ja schon. Ihr seht ja, wie lange der Part geht. Also, entweder habe ich es relativ schnell hingekriegt, oder ich brauche sehr lange und der Part geht extrem lange, weil ich zu doof bin, das Schloss hinzukriegen. Äh, so. Gehen wir jetzt erst hier rein, oder? Ich weiß gar nicht. Wir brauchen ja erst die Mondperle, nicht wahr? Was gibt es denn hier drin? Ah, okay. Können wir wieder in die Höhle. Da ist ein Herzcontainer. Ah, wie komme ich da denn hin? Da oben ist noch ein Weg. Das heißt, man kommt irgendwie anders dahin. Aber nicht da. Wenn ich da runterfalle, bin ich wieder in der Höhle da unten. Das weiß ich. Deswegen gehen wir jetzt direkt hier in den Teleporter. Und gehen in die Schattenwelt. Und werden zu einem Häschen. Was willst du hier? Bildest du dir einen? Du, Hasenfuß, kannst mehr ausrichten als ich? Ich such dir die goldene Macht. Und was ist das mir geworden? Ich kann nicht mehr zurück. Wenn ich nur die Mondperle aus Heeres Turm hätte, dann könnte ich mich zurückverwandeln. Ist doch kein Wunder, dass ich so gereizt bin, oder? Nun lass mich ja nicht in Ruhe. Bounce, bounce. Hallo, du Hasenfuß. Ich muss dir was erzählen. Sperre die Löffel auf. Das Böse hat diese Welt fast... Äh, ja. ...identisch wird Hyrule erschaffen. Was das bedeutet? Das heißt, zu allem und jedem in Hyrule gibt es ein Gegenstück in dieser Welt. Die goldene Macht verwandelt jeden, der in diese Welt kommt in sein wahres Ich. Ich zum Beispiel ändere ständig meine Meinung. So wurde ich zu einem Ball. Die Mondperle aber hilft dir, deine ursprüngliche Gestalt bewahren zu können. So, ja, und jetzt hier total... Hier können wir mal gucken. Uh, so sieht das Ganze in der dunklen Welt aus. Uh, 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 uh. Ja, okay. Okay, äh, so, jetzt machen wir das und benutzen den Spiegel. Und zwar, indem wir so machen. Yay! Ich habe eine Herzschild gefunden. Ja, unfassbar. So, wenn ich mich nicht irre... Obwohl, da verfehlt uns, glaube ich, noch der Schatz aus dem... Oder? Ah, ich weiß nicht mehr so genau. Wir wollen hier gucken. Nein! Wir können es jetzt schon kriegen. D-d-d-d-d. Ah, verdammt, das geht erst mit dem Master-Schwert. Ja, hätte ich mir denken können. Dann gucke ich nochmal eben, äh... Na ja, genau, die Dinger versteinern. Ich will an dem Ding vorbei. Verdammt. Und jetzt? Jetzt geht er wieder ab. Ah, danke. Bevor ich da jetzt reingehe, gucke ich noch eben auf der anderen Seite. Aber da, glaube ich, braucht man den Kletterhaken, um weiterzukommen. Bin ich ziemlich sicher. Oder den Hammer. Gut, den kriegen wir ja wahrscheinlich gleich, oder? Oder ist das erst in dem anderen Tablet? Ich weiß es nicht mehr. Wir werden sehen. Das muss ich aber hin und machen. Ah, der Boss hier. Ich hasse den Boss. Weil man den immer... Weil man immer wieder von vorne anfangen muss, praktisch, wenn der einen runterkickt. Na, wir brauchen hier auf jeden Fall Pfeil und Bogen. Das ist schon mal sicher. Und dieser Tempel ist relativ groß. Und da ist der erste Schuss. Einig, oh, nicht schließlich. Ah. Und das fiege ich da, was uns jetzt gerade... Äh. Hallo. Meine Güte, ich bin echt so unfähig. Jetzt lass dich kehren! Und du auch. Au! Tick nochmal, ey. Was? Nicht mein Herz? Oh, Schwein. So, wenn ich das jetzt nicht wieder umstelle, können wir nicht wieder zurück. Wenn die Schalter, die hier sind, gelten für das ganze Haus. Gehen wir erstmal hier hoch, bevor wir weiter nach vorne gehen. Oh Gott, ja. Ach, ich hasse das. Gehen wir wenigstens mal Herzen. Nein, ich will Herzen haben. Hoffentlich sind hier... Äh, verdammt. So, lass ich das jetzt so. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier brauchen wir die großen Schlüsse schon. So, ich würde da jetzt runterspringen, um wieder in die Eingangshalle zu kommen, wenn ich nicht wüsste, dass wir da durch Schaden kriegen. Bin ich mir jedenfalls verdammt sicher. Deswegen gehen wir jetzt mal hier. So, jetzt wieder einen kleinen Hinweis. Tempel, ich bin's. Der Dorf-Welteste. Ein guter Rat von mir. Schaust du in den Verließen, in den Zauberspiegel, kannst du zum Eingang zurückkehren. Ah, okay, das ist hilfreich. Das wusste ich selber nicht mehr. Das gefällt mir. So, komm, komm, komm. Ja, komm. Psst, stoch! Ich habe die Karte! Und dieser Ort ist riesig! Wieso, dem sich nicht bin? Boah, hat das hier abgezogen. Holy shit. Naja, wir haben ja Feen. Die wecken uns wieder im Notfall. So, ich geh mal hier runter. Gucken, ob wir hier weiterkommen. Oh, oh. Ich hab so ne Ahnung. Scheiße, wo ist der? Blöde! Schalter! Er ist immer da, wo man ihn... Nicht! Au! Er wartet! Wo ist der Schalter? Okay, die Tür... Okay, das ist jetzt echt... Das ist jetzt echt nicht lustig. Echt nicht lustig! So früh wollte ich meine Feen eigentlich noch nicht verbrauchen. Ähm, so. Das doofe ist bloß, wenn wir aus diesem Raum rausgehen, dann wird sich die Tür wahrscheinlich nie öffnen. So müssen wir irgendwie versuchen, den Scheiben auszuweichen, was aber nicht immer klappt. Das ist zu lahm bin. Obwohl, ich könnte auch so machen! Und so! Aaaaaah! Aaaaaah! Wieso bescheuert er hier? Aaaaaah! 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 Invisible Frames! Aaaaaah! Zu spät! Das ist echt störend! Ja, danke! Danke! Danke, danke! Und nochmals danke! So. Erstmal mach ich den kaputt. Boah, ich jetzt... Meine Güte, jetzt droppt doch mal ein Herz! Das gibt's doch gar nicht! Ich kann doch nicht schlau sein hier! Komm! Aaaaaah! Ich will keine Rubin! Ich will ein Herz haben! Ich hasse die! Und genau das da ist der Endgegner! Nur etwas größer! Und ich weiß, ich hab gespoilert! Entschuldigung! Wollte ich nicht! Ah, bitte nicht nochmal! Hallo! Ich will ein Herz! Danke! Meine Güte! Au! Ich will keine Pfeile! Danke! Ah! Schon den großen Schlüssel her! Das ging auch schnell! Wenn ihr denkt, das Verlies ist schon vorbei... Äh... Nein! Nicht ganz! Deswegen, wir werden noch ein bisschen brauchen und die normale Partzeit ist in drei Minuten abgelaufen. Mal gucken, wie lange ich überziehen muss. Weiß ich ja jetzt auch nicht! Ja, verdammt! Ich habe etwa jetzt... Und wieso hab ich eigentlich den Eisstab jetzt ausgerüstet? Obwohl, den können wir auch mal ein bisschen als Waffe benutzen. Friedt, glaub ich, nur ein, aber dann kann man die Gegner mit einem Schlagplatt machen. Hier zum Beispiel ihn hier. Der kotzt mich sowieso an. Das ist doch gar nicht, ey. Kackteile. Äh, schieß mal deine Feuerwelle. Gleich nicht mehr. Meine Güte. Wo war noch mal der Ball? Hier irgendwo? Wo war das Ding? Hallo! Geht doch. Äh, wo war jetzt die Tür? War die da? War die da? Oder war die do? Uiuiui. Den guckte ich das an. Riesig. Nein, eigentlich nicht, aber was soll's. Äh, ist das doof, ist das? Ich weiß nicht mehr, wo die Tür war. Tja, da bleibt man so nur über nachzugucken. Und wahrscheinlich nochmal zu sterben. Und dann haben wir keine Feen mehr. Und dann, ja, wir sind richtig. Herzen? Nein. Herzen gibt's nicht. Nicht für dich. Das sagt das Spiel. Ich hasse die Dinger. Äh. Oh, oh. Na komm. Noch einmal. Ich werde jetzt nur bekämpfen, in der Hoffnung, dass einer von denen es in den Herz droppt. Dankeschön. Danke. Echt super nett. Ich mag euch. Ich mag euch wirklich. Kann euch nur nicht sein. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ich brauche ein Herz. Temple Master auch jetzt. Oh. Wusste gar nicht, dass es nicht funktioniert. Ups. Bitte. Ein Herz. Bitte. Oh, jetzt kriege ich eine Bombe. Ich raste doch wieder aus. Das gibt's doch gar nicht. Oh, das war knapp. Oh, ich könnte brechen, ne? Wieso will keiner? Weil jeder der S-Rapen. Wir sind gleich schon beim Endgegner. Das bringt uns noch nicht viel. Wenn wir halb tot sind. Ah, okay. Hier ist die, hier ist die Truhe. Oh, nicht so ein Ding. Oh, oh. Könnte ein Fehler gewinnen. Könnte ein Fehler. 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 Nein, lass mich rüber. Ich mag dich nicht. Aber ab. Geh zu deinen Freunden spielen. Ich brauche keine Rubine. Ich brauche keine Rubine. Das spielt schon. Wirklich. Das, das, das. Oh, endlich mal. Eins wenigstens. Das Spiel sagt, oh, du bist halb tot. Ja, dann geben wir dir mal schön viel Rubine. Komm schon. Du Gagteil. Ich hasse dich. Ja, ich weiß, dass da eine Truhe ist. Und die große Truhe. Oh, oh. Eilung piept. Eilung, shut up. Du hast heute mal nichts zu melden. Wir haben eine Kompass. Der bringt uns nur nicht gerade viel, weil wir kurz noch aufkratzen sind. Ich glaube, wir haben noch eine Feier. Ja, wenigstens. Oh, oh. Da ist eine, ein, ähm, ja. Ich will nicht sagen, Truhe. Ich glaube, die brauchen wir für den Endgegner. Oh. Oh, das hat es jetzt auch gebracht. Hm, äh, wie war das noch? Ich glaube, wir müssen, äh, uns irgendwo reinfallen lassen. Das doofe ist bloß, dass wir da wahrscheinlich abkratzen. Ich werde mir finden noch ein paar Herzen. Oh, Gott. Scheißrote Viecher. Es gibt es doch keine. Hier werde ich genau das reingebärmst. So. Keine weiteren Versuche mehr. Das wird euch äußerst bitter. Ja, jetzt. Jetzt. War klar. Ich hasse euch. Ich hasse euch alle. Ich will die jetzt noch mal. Nein. Nein. Lass mich in Ruhe. Und ich habe das Herz nicht eingesammelt. Vollidiot. Jetzt krass doch ab. Meine Güte. Ja, so geht's auch. Menno. Ja, da geht's zum Boss. Das bringt mir noch nicht viel. Hey, versteckte Gänge. Ganz viele versteckte Gänge. Aber ich glaube, nicht alle davon lassen sich auch öffnen. Let's try it out. Nope. Nope. Hier fällt einfach alles zusammen, als so brüchig ist und alt. Alter, ihr wollt mich doch verarschen. So, wie kriege ich die Dinger jetzt auf? Ich weiß, was da drin ist. Etwas, was wir brauchen. Ganz dringend. Ähm. Wo ist denn der Nächste von denen? Ist hier nicht so ein Ding? Ah, hier. Ah, da müssen wir uns übrigens fallen lassen. Und zwar so, dass wir am besten da landen. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob man es aktivieren musste oder nicht. Ich wette, wenn wir es aktivieren, dann fallen wir genau in diesen Graben da rein. Und der Graben ist ja soweit verschlossen, wenn das so bleibt. Ich glaube, das ist die richtige Dienst. So, mal eben schauen. Das muss ja halt relativ in der Mitte des Raumes sein. Und das auf keinen Fall. Ja, das Loch ist... Das müsste hier irgendwo müsste das eigentlich sein. Was ist denn, wenn wir jetzt so zum Boss gehen? Ja, wir könnten gegen den Boss kämpfen. Problem ist bloß... Äh... Dann kriegen wir den, äh... Dingestens nicht. Den Gegenstand. Und den will ich haben. Den braucht man auch, glaube ich. Mann, ist das hässlich. So, also wir müssen das irgendwie jetzt geregelt kriegen. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich wusste gar nicht, dass ich... Oh, so ein Ding ist! Holy shit, das war knapp. Boah. So, das müsste... Jetzt sehen wir auch, ob wir Energie abgezogen kriegen. Nein, wir kriegen keine Energie abgezogen. Okay. Und Perle! Richtig, die brauchen wir. Und zwar ganz dringend. So, Leute. Äh... Wartet, 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 wartet. Äh, das machen wir an. Das war's. Warte mal. Ist hier nicht irgendwo noch so ein Ding zu verstellen? Hier muss doch so ein Teil sein zu verstellen, sag mal. Wir müssen die Dinger wieder auf... So, denn sonst kommen wir nicht an die Krüge ran, die im Stockwerk davor sind. Denn da sind meines Erachtens nach Herzen drin. Und wir werden diverse Male scheitern und deswegen brauchen wir das. Weil das Kackteil so schnell ist und die Fläche so klein ist, dass du eben auch nicht, äh, rennen kannst, um auszuweichen. Ne? Versteht's auch? Versteht's? Versteht's? Seht's hier die Problematik? Dann ist der gut. So. Dankeschön. Seht ihr? Hab ich doch gewusst. Alles klar. Erster Versuch. Erster Versuch von vielen. Kann man das Ding eigentlich auch mit... Nee, kann man nicht. Nee, nee, nee. Vergess, was ich gesagt habe. Äh, am schnellsten ist übrigens platt, wenn man das Schwert auflädt. Könnt ihr den Safe State machen, aber so lang bin ich nicht. Hau ab! Lass mich doch erstmal... Hallo? Hallo? Hallo, Kollege? Hallo? Hallo? Ja, okay, danke. Oh, oh, ich steh falsch rum. Es könnte sich negativ auswirken! Am besten so stehen. Ja, genau. Dreh mal schön deine Augen. Ah! Du Spaß, ich hasse das. Ich hasse das, wie ich... Und ja, die Dingestens verschwinden. Und ich meine, dass er sich immer wieder regeneriert. Gibt's hier irgendeine geheime Taktik? Wenn ja, wüsste ich die gerne. Äh... Oh, oh. What the fuck? Habt ihr das gesehen? Was war das denn für die Scheiße? Wir wurden erst wieder die... die Wand hochgeschmissen und dann... sind wir durch die Wand irgendwie halbwegs durchgesetzt und... Ja, wir waren tot. Äh, tot. Ja, wir waren tot. Ha, ha, ha. Sind runtergeschmissen worden. Ja, zeig es dir! Irgendwie. Das Ding ist ganz schön federnd. Ich glaube, wir machen es lieber so. Oder? Na, wir machen es so. Ist einfacher für mich. Bin ich etwas mobiler. Am besten immer in diesem Bereich bleiben. Komm her! Nur nicht zu nah. Au. Verdammt. Ah, Mann! Lass mich doch mal in Ruhe! Hässiges Kackvieh. Sollen das Blitze an dem Ding sein? Oder, 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 oder what? Weiß nicht. Wahrscheinlich. Warte mal. Ich will was prüfen. Nein, das funktioniert nicht. Jedenfalls, äh... Alter! Oh, das ist klar. Mann! Wieso steht der immer mit dem Rackett? Der E-B! Ich sehe es. Kurz bevor wir den schaffen, fahren wir runter. Bleib doch mal vor mir weg, du hässiges Ding. Ah, ist so schwer hinter den zu kommen. Jetzt reizt's mir! Nein, das tut ihm gar nichts. Ich hasse diesen Endgegner, habe ich das schon mal erwähnt. Schwerster Endgegner im Spiel, ungelogen. Aua! Mano! Ah! Ja! Natürlich. Habe ich erwartet. Game over. Und das Doofe ist, äh... Ich glaube, wir sind jetzt wieder... Moment. Was mache ich denn? Jetzt habe ich noch die letzte Bombe verbraucht. Sehr schön. Nein, wir haben keine Feen mehr. Oh, ist das zum Kotzen! Ja, egal. Der Part geht so lange, bis wir hier durch sind. Fertig. Das ist gar keine Diskussion. Oh, okay. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Schade, dass man den mit dem Eisstab nicht irgendwie langsamer machen kann. Und jetzt schreibt ihr so nicht, das geht wirklich. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, das ist falsch und eingestellt jetzt gerade. Das sind natürlich auch wieder die ganzen Gegner, ey. Jo, immer mal daneben. Ich weiß es nicht mehr. Wir müssen nachgucken. War klar? Wieso muss das so groß sein, ey? Ah, ich bin so ein Vollidiot. Ich kann mir nicht mal einmal merken, welche Farbe das haben muss. Können die eigentlich sterben? Weiß ich es nicht. Anscheinend nicht. Ich will das Herz haben. Ah, du Scheißvieh. Weißt du, woher mache ich das eigentlich? Ah, ey. Ich kriege die Krise. Vielleicht muss ich doch mit Save-Sales arbeiten. Ich habe das ja nie. So, wir können uns fünfmal treffen lassen. Danach geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Exactly. Ich bin so... Ich bin so... Ich bin so... Ich bin so... ... also für mich. Das ist so... Ich bin so... Ah, komm, bleib doch hier, mein. Komm, wo wird zu lang? Entscheide ich. Ah, ich bin einfach zu lahm, wenn ich so mit dem aufgeladenen Ding da durch die Gegend renne. Zum Kotzen ist das. Ja, genau, ist ja nicht so, als hätte ich den Kopf getroffen. Normalerweise hätte ich wenigstens zurückgefedert werden müssen, aber nein. Jetzt hau ab! Ohne wird es schwer, aber es ist ein ganzes Spiel. Ohne Witz, das ist nicht gelogen. Andere Buster sind leichter. Ja, natürlich! Mann, ey, da kotzt es mich schon wieder an. Ich kann mich nicht regenerieren, weil ich dieses Kackenteil nicht umgestellt habe. So geil. Ja. Mann, 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 Mann. Ja, das wird ein langer Part. Auf jeden Fall. Ich wollte gerade ernst weiterrennen und... Hä, wo ist denn das nächste Ding? Ganz toll. Die Gegner droppen natürlich auch keine Herzen. Warum sollten sie auch? Ist ja nicht so, dass ich permanent am abkratzen will. Nein. Lieber Rubine, dann kann ich mehr anfangen. Wir brauchen echt mehr Flaschen, damit wir da die scheiß Fänen reinsperren können. Wahre Lebensretter. Weil den Trank erweckt dich nicht wieder zum Leben. Eine Fee schon. Ah Gott, wenigstens sind die wieder da. Immerhin etwas. Immerhin etwas. Ich muss mal da sein, fertig werden hier. Morgen, Berufsschule. Beziehungsweise heute, für euch heute. Also für diejenigen, die es am Tag des Applaus geguckt habe, natürlich nur. Ich hasse dich, du musst eine hässliche Missgeburt und ich treffe dich nicht. Alter, das Ding trollt mich. Dreht sich um, macht mir weiß, ja, ich geh jetzt wieder und dann. Nee, verarscht. Bomben bringt auch nichts. Ich bezweifle, dass der Eisstab irgendwas bringt. Klar, ich kann es versuchen, aber ich glaube nicht, dass das das bringt. Hallo, ich will doch nicht die Flasche. Mann. Übersuchen es mal. Nope. Nope. Das mag er gar nicht. Da werden wir direkt wieder in Abbrot befördert. Jawohl. So ist das hier und nicht anders. So. Ja. Die Herzen werden auch immer knapper. Das wird ein langer Part. Oh ja. Aber ihr schaut weiter und das finde ich wunderbar. Wartet mal. Ach ja, die Mondperle. Ich war gerade mal überlegen, was haben wir eigentlich gekriegt in der Truhe? Die Mondperle. Das bringt noch nicht viel. So. Ne, was ist hier? Ich mag dich überhaupt nicht. Und das doofe ist, der aufgelandene Schlag ist die einzige Möglichkeit, ihm ordentlich schaden. Und da muss man ihn nur dreimal betreffen und dann ist er hinne. Der tolt mich wieder. Der tolt mich wieder. Guckt. Der tolt mich. Jetzt dreht er sich wieder um und dann kickt er mich da wieder runter. Ja, definitiv am Schollen. Also jetzt drehe ich wieder um. Jetzt drehe ich auch wieder um. So. Fahr mal hier oben lang, bitte. Komischer Zug. Der tolt wieder. Mein bester Versuch bis jetzt. Na komm. Na, hör auf zu trollen. Ich dachte, das wäre es jetzt gewesen, aber es war es anscheinend noch nicht. Oh oh, jetzt ist es am Rage-Modus. Holy shit. Ist der schnell. Hör auf so schnell zu sein. Das heißt, er ist gleich tot. Ah, nein. Nein. Ich hasse dich. Komm schon, Alter. Jetzt raste da richtig aus, ey. Kratzer, Mann. Wie oft muss man dich dennoch treffen. Oh komm, das hätte er auch getroffen, ey. Hör auf zu trollen. Komm her. Ah, nein. Jetzt komm schon. Ohne willst du das Ding trollen einfach nur. Mann. Brauch mehr Herzen. Ich komm nicht dran. Egal, was ich mache. Hallo. Gibt es doch gar nicht. Muss es doch einen Trick geben, Mann. Ja, genau. Natürlich. Ey, es ist zum Kotzen. Ich sag's euch. Das gibt es doch einfach nicht. Mann. Jetzt hat er wieder volle Energie. Juhu. Das hat's jetzt echt gebracht. Ein Schlag mehr, er wäre hin gewesen. Einen Schlag mehr. Wisst ihr was? Der kann mich jetzt mal. Jedes Mal, wenn ich den jetzt einfach passe. Also einen richtigen. Speichere ich. Ja, zum Beispiel. Oh oh. Jetzt muss ich mich ganz schnell bewegen. Fühlst du mal gerne, was der Weltrekord ist in der Zeit, wie jemand den besiegt hat. Hör auf zu trollen. Oh oh. Jetzt geht's wieder ab. Aber ich will jetzt keinen Safe-State machen. Alter, das funktioniert? Ich dachte, der... Der würde uns runterschmeißen, aber anscheinend klappt das. Wie geil! Oh, Junge! Ich hasse dich! Meine Güte! Oh, da fühlt man sich doch gleich viel besser, ey. Oh, eine Sorge weniger in der Welt. So, ja. Huh. Echt nicht nett. Meine Güte. So, ich danke allen, dass sie dir das mit mir durchgestanden haben. Vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche Montag wieder. Ich mach mal hier eine Safe-State. Nächste Woche Montag wieder. Und dann... Holen wir das Master-Schwert. Bis dann, macht's gut. Euer Tempel-Master.